unten rechts an dem runden ding bitte schneller drehen hier unten muss irgendwo so ein rundes ding sein draufklicken schneller drehen ja also die neue große volkspartei ein neuer marcus lanz des internetfernsehens lädt wahrscheinlich bald prominenteste persönlichkeiten ein zur talkshow im rahmen der tour durch die sender vielleicht zur untertitel durch die sender vorschau darauf hier ja also erstens welche prominenten persönlichkeiten sollen eingeladen werden und falls sie dieser einladung nicht folgen sollten über welche prominenten persönlichkeiten deutschlands soll dann gesprochen werden über welche ideen inhalte und so weiter schauen was uns an aber kurz vorab noch der eine kleine hinweis wieder was neues mit dr klaus köhnlein diesem superarzt in playlist 4 beim sender news und talks finden sie das wieder beim besten sender news und talks playlist 4 am ende finden sie ja immer alles neueste oder bald in playlist 5 wenn die bald auf playlist 5 über wechseln müssen weil die playlist 4 schon wieder voll ist na ja und jetzt schauen wir uns mal an übrigens in diesen talkshows auch wir selbst sollten uns jetzt einen maulkorb auferlegen einen freiwilligen nie wieder über solche emotionalen reizthemen wie corona oder klima zu reden denn das hat sich erübrigt das ist geschichte es geht ja jetzt nur darum wir müssen wir strukturell deutschland so positiv gestalten dass es zu keinerlei egal zu welchen negativen effekten in der gesellschaft mehr kommen kann ja also geht es interessieren jetzt reizthemen emotionale themen interessieren überhaupt nicht mehr es geht nur noch um strukturelle verbesserung deutschlands und dann schauen wir uns doch mal an was wie welche top promis auf der einladungsliste vorgeschlagen sind jeder jeder sender kann natürlich entscheiden wen er davon einladen möchte oder nicht mein tipp ist alle davon einzuladen nämlich alle weltbesten externen unentgeltlichen reformer soweit sie zumindest im deutschsprachigen raum verfügbar sind bitte schön einladen und natürlich auch die prominentesten parteimitglieder die man gewinnen kann ja so das ist also die einladungsliste für sender die sich einen namen machen möchten als markus lanz maybrit illner arne will maischberger plassberg und so weiter des internetfernsehens also wer sozusagen der neue markus lanz des internetfernsehens werden möchte oder jemanden einen sender kennt der vielleicht daran interesse haben könnte dann bitte dieses format an er also empfehlen dass man auch dieses format tut als untertitel könnte man dann als moderator oder als als sender sozusagen als untertitel schreiben tue durch die sender aber man sollte in der in der sendungsbezeichnung in erster linie diese ganzen promis benennen die hier gleich beginnt ja dann gleich mit dem berühmten mittig linken philosophen richard david brecht und so weiter aber doch zu den promis kommen wir ja gleich und dann steht hier noch oberste regeln über alles können sie reden aber nicht über drei minuten und nicht über hoch emotionale reizthemen wie corona klima und so weiter es geht nur darum wie deutschland zukünftig besser regiert werden sollte alle mikrofone sind immer unten links bei zoom ist das jedenfalls unten links also irgendwo hier unten links wäre das bei zoom da gibt es eine kamera da kann man sich mal für kurze zeit aus dem bild nehmen wenn man mal was ändern will oder irgendwas trinken oder essen will dann kann man auch die kamera ausschalten und kann hier unten das mikrofon abstellen und bevor die sendung losgeht sollten immer alle leute ihre mikrofone auf stumm geschaltet haben und das nur einschalten wenn sie aufgerufen sind vom moderator zu oder angesprochen wurden vom moderator und dann läuft die redezeituhr mit drei minuten und dann also alle mikrofone sind immer unten links auf stumm zu schalten nur wer gerade spricht schaltet das mikrofon mikro unten links ein und schaltet es danach sofort wieder ab denn der ton ist wichtiger als alles andere ja und welche prominenten persönlichkeiten sollen eingeladen werden zu jeder dieser sendungen egal von welchem sender der sich da als neuer marcus lands neue bei brit illner profilieren möchte der berühmte mittig linke philosoph richard david precht mit ihm kann man kontrovers diskutieren warum er ein bedingungsloses grundeinkommen von 1500 euro monatlich nicht für gefährlich sieht warum man da keine gefahr sieht sozusagen dass dann plötzlich die ärmeren menschen und arbeitslosen menschen dauerarbeitslosen menschen ganz viele kinder bekommen ganz viele kinder in die welt setzen dadurch sich dir die durchschnittliche gehirngröße weiter zurück evaluiert wir müssen immer bedenken dass unsere urgroßeltern vor vier millionen jahren nur einen halben liter gehirnvolumen hatten heute haben wir durchschnittlich 1,35 liter schwankungsbreite circa ein liter bis zwei liter hubraum und damit korreliert die die intelligenz relativ hoch und wir wenn wir sozusagen lauter kinder von sonderschulabbrecherinnen in zukunft bekommen in massen sozusagen dann sinkt der intelligenz durchschnitt und dann wird der mühlstein den die deutsche wirtschaft zu tragen hat an arbeitsunfähigen oder nicht kompetenten mitarbeitern wird unendlich schwer und dann versinkt die deutsche wirtschaft im meere und geht unter verglichen mit den wettbewerb den anderen staaten dieser erde und wir werden ein bettelarmes land als so ungefähr auf dem niveau von rumänien und dann werden wir irgendwann ein bettelarmes land auf dem niveau von afrika und das alles durch ein bedingungsloses grundeinkommen von 1500 euro also da bin ich gespannt auf die argumente von richard david precht ja und wie weit ihm da das naturwissenschaftliche evolutionsbiologische fundament fehlt dass zum beispiel ein professor der mitglied ist im weltrat der begrüßt die evolutionsbiologische fundamentierung aller politischen diskussionsbeiträge im rahmen des weltraters das gibt also philosophen die sind so und so die einen haben größere erkenntnisse von naturwissenschaft und evolutionsbiologie und philosophieren mit der naturwissenschaft und die anderen philosophieren eventuell mit wenig naturwissenschaft und kommen dann zu falschen antinaturwissenschaftlichen schlüssen so dann wäre sehr oft haben wir ja schon diskutiert über die möglichen gäste economy for mankind auch mittel links richard david precht mittelink links wahrscheinlich mittel links bisher externe reformer und berater für die partei wir 2020 punkt die übrigens deren homepage gerade eben nicht funktioniert hat was ist da los wird die neu überarbeitet oder gibt es da neue dinge die da passiert sind werden die eine ganz neue homepage kreieren wird wird eine der beiden wir 2020 den namen ändern müssen keine ahnung keine ahnung ist es keine ahnung was sich da entwickeln wird ja dann schaue ich mal ein bisschen weiter drittens wird eingeladen der berühmteste volkswirt der und ehemalige 68er professor hans werner sind ex ifo institutschef der auch zu besuch war bei tilo jung 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 und naiv ein eher wohl leicht links lastiger sender zumindest wenn man die die alle alle sozusagen diskussionsbeiträge von von tilo jung selber sieht dann mutet das doch sehr stark ja links aber auch sozusagen so etwas wie wir vom vom weltrat von den next scientists for future würden dass er so ja pseudolinks linke pseudos linke konzepte und pseudos soziale konzepte haben wir werden dann gespannt was passiert wenn dann also zum beispiel professor hans werner sind sein konzept wiederholt dass wir beim weltrat teil nämlich dass eines mindesteinkommens also ein kleines harz 4 oder mini bedingungsloses grundeinkommen sozusagen das mit zusammen mit einer neuen rechtsschutzversicherung vollständige vollständigen schutz bietet aber nicht mehr war und ansonsten alle professor hans werner sind kritisiert die des den mindestlohn aufs schärfste weil er ja erkennt dass mindestlöhne wenn sie eine bestimmte höhe zumindest erreichen oder gar eingehalten werden und nicht unterlaufen werden von den unternehmen durch bestimmte tricks sozusagen dass also solche mindest löhne massen arbeitslosigkeit begünstigen und wir haben ja jetzt schon und das wird wohl noch höher steigen schon fast drei millionen aber massen und dauer arbeitslose in deutschland und das wird wohl noch weiter steigen jetzt sozusagen und jetzt dann werden die next scientists for future natürlich den professor sind fragen ja und warum trauen sie sich nicht oder warum sagen sie nicht dass doch das gleiche was für den mindestlohn gilt nämlich dass es sich um eine pseudo linke unsoziale politik handelt die massen arbeitslosigkeit bedeutet warum trauen warum sagen sie nicht dass gewerkschaften gewerkschaftliche tariflöhne und gewerkschaften selber dass gewerkschaften selber ein völlig unnötiger volkswirtschaftlicher kostenfaktor sind der im schleunigst eingespart werden sollte in dem die gewerkschaften sofort abgeschafft werden und die tariflöhne sofort abgeschafft werden weil sie letztendlich ja nur ein mittel sind menschen auf sozusagen in der massen arbeitslosigkeit festzuhalten und dass es sich dabei letztendlich um vorteilbringende irrtümer der sozialsparten und der arbeitsamt mitarbeiter handelt mit denen sie eine armee von massen und dauer arbeitslosen sich als kundschaft erhalten und sich dadurch bessere karrieremöglichkeiten schaffen und dass diese killer viren des geistes diese parasitären meme der sozialspartler sozusagen sich die ganze gesellschaft verseucht haben und zu der illusion geführt haben tariflöhne und mindestlöhne seien positiv für die gesellschaft und seien soziale oder linke politik in wirklichkeit haben das um eine anti linke und eine pseudo soziale politik schluck schluck wasser und dann wäre ich gespannt wie sich dann hier ich gehe mal auf nummer fünf gleich schon mal der gewerkschaftsnahe linke wirtschaftsweise professor achim truger vom sachverständigen rat der bundesregierung und von der uni duisburg essen ja wie wie der sich dazu äußert denn der äußerte sich ja bei tilo jung und naiv ja sozusagen sehr gewerkschaftsfreundlich sehr von tariflöhnen überzeugt wie erklärt er uns dann dass diese massen arbeitslosigkeit von drei millionen dauer arbeitslosen dass die nicht durch die gewerkschaften und die tariflöhne und die mindestlöhne verursacht sei ja denn sozusagen wenn wir das nicht hätten und jeder mensch auch bereit wäre wäre dann auch für ein cent pro stunde anfangen würde zu arbeiten dann würden wir doch eine vollbeschäftigung bekommen und eine null arbeitslosigkeit und wenn dann noch die arbeitsamt mitarbeiter nur noch verdienst zuschüsse bekommen von denen sie dann im wesentlichen leben für jeden der in arbeit ist aber für jeden der wenn auch nur eine woche arbeitslos ist dann eine woche keine verdienst zuschüsse mehr bekommen als positive anreize zum beispiel und dann andere positive anreize nur wer alle seine leute untergebracht hat der wird dann zum vorgesetzten der anderen und alle anderen können dann eingespart werden können in die wirtschaft entsendet werden können dort in der wirtschaft das wirtschaftswunder vergrößern dass ja die next scientists for future vorhaben mit circa 500 milliarden euro jährlichem wirtschaftswunder für alle sozusagen das so dass wir alle reicher werden alle teile der gesellschaft reicher werden da wäre ich gespannt auf die argumente von professor achim truger und wie gesagt und wenn diese leute nicht kommen dann werden wir sie zitieren oder nicht zitieren sondern ungefähr ihre inhalte wieder geben und dann darüber diskutieren und dann als viertens hier die gemeinwohl ökonomie christian felber den man auch der sich wohl selber auch als mitte links definieren würde weil er ja auch von sozialer marktwirtschaft spricht genauso wie die 4m die ekonomie von mankind aber ich würde sagen dass sowohl die 4m als auch gb in wirklichkeit mir sehr links radikal vorkommen aber da muss man dann halt darüber sprechen denn mit sozialer marktwirtschaft hat das nicht nur sehr wenig zu tun es hat eher mit drastischen umverteilungskonzepten zu tun und mit der schwächung der deutschen volkswirtschaft aus meiner sicht aber das ist ja interessant das dann zu diskutieren das ist ja dann eine sache der argumente der freien argumente plattform dann ja demokratie pur talk show sozusagen die ja dann diese moderatoren diese sender diese neuen markus lands des internet fernsehens ja dann machen würden oder maipred illners das internet fernsehens ja und dann fünftens der gewerkschaft ach so den hatte ich ja gerade eben schon dann zum beispiel geladen werden soll der berühmte götz werner begründer des berühmten unternehmens dm drogeriemarkt kennt jeder und der ja also sicherlich als unternehmer ist als sicherlich ein mittiger mensch aber mit seinem konzept seines bedingungslosen grundeinkommens ist er sicherlich auch irgendwo mit links vielleicht anzusiedeln bis auf weiteres bis er widerspricht und dann soll er erklären warum er selbst auch so vorsichtig ist dass er vielleicht mit seinem mini bedingungslosen grundeinkommen von 200 euro anfangen will aber warum er dann was ihn dann reitet sozusagen dass er am ende bei 1500 euro bedingungslosen grundeinkommen endet wo wir wieder die gefahr sehen einer drastischen überbevölkerung deutschlands mit kindern von hauptschulabbrecherinnen und damit einer wirtschaftlichen volkswirtschaftlichen gesamtschädigung deutschlands sozusagen bin ich gespannt auf seine argumenten und dann haben wir ja das sind wir selber die können wir ja wir sind ja bisher externe reformer und berater für für ein orga team der partei wir 2020 punkt de mit den parteien wir 2020 eu zum beispiel mit eva rosen oder mit herrn sieber sehr nette erste telefonische vorgespräche leider bis jetzt noch ohne folgen ja ich hoffe dass sozusagen da bald bevor der wahlkampf die erste wahl verschlafen ist wenn wir nicht in der ersten wahl im februar märz irgendwann ist die ja angesetzt mit 5,0 prozent staaten können sich alle neuen parteien ein modden ein modden lassen weil es dann wahrscheinlich nicht mehr geht wir können unser potenzial als externe reformer von 56 prozent als next scientists for future das können wir nur realisieren für für irgendeine neue große volkspartei egal wer wie die dann am ende heißt ob sie fusioniert ist ob sie ein wahlbündnis ist was auch immer alles was da im moment in gesprächen und diskussion ist wir können diese 56 prozent nur realisieren wenn wir im frühjahr in der ersten wahl schon 5,0 prozent erreichen weil nur dann die mediale aufmerksamkeit so gewaltig sein wird dass wir auf diese 50 minuten kommen und ja und wir müssen dann uns glücklich schätzen wenn wir dann mit der neuen volkspartei die dann sagt ja wir haben als fund dabei wir wir werden in den ministerien immer die hilfe dabei haben der externen reformer next scientists for future de vom weltrat und damit sind wir unschlagbar in unserer reform kompetenz ja dieses entscheidende argument ja und dann müssen glücklich sein wenn wir 20 bis 28 prozent kriegen und mit 20 prozent können wir sind wir ja nur dann ein koalitionspartner für die grünen oder die cdu und da müssen wir heilfroh sein bei der bundestagswahl über 20 prozent aber die erreichen wir nur wenn in der ersten wahl im frühjahr wir gleich 5,9 prozent kriegen und für mich ist es total erschreckend dass kaum über im internetfernsehen kaum über die parteien gesprochen wird dass das alles sozusagen dass der wahlkampf noch nicht richtig voll auf touren läuft das ist erschreckend denn februar märz das ist das ist morgen ja und wie will man 5,0 prozent erreichen wenn man wenn man nichts tut in richtung wahlkampf ich bin muss sagen ich bin etwas entsetzt mach mir große sorgen darüber ja eingeladen werden sollte professor nico pech mitte links ja mit seiner postwachstumsekonomie mit dem die groß gedanken da werden wir munter diskutieren herr pech unterschätzen sie nicht die konsumsucht und die shopping sucht und die kaufsucht der bevölkerung als ernsthafte krankheit als echte kapitalistische krankheit unterschätzen sie nicht deren gefährlichkeit und deren hartnäckigkeit sollten wir nicht mal darüber reden woher aus psychologischer aus psychobiologischer sicht und psychotherapeutischer sicht im sinne der viat der vorteile vorteilbringende irrtümer aus abbautherapie man könnte auch sagen aussterben lassenstherapie aber es klingt vielleicht besser vorteilbringende irrtümer abbautherapie ja wie dass man eben die die konsumsucht viel ernster nehmen muss als sie das tun indem sie die leute auffordern zu einer art genügsamkeit einer konsum genügsamkeit einer suffizienz eines genug ist genug eines ausreichenden konsumes ja und sie unterschätzen dabei wie gewaltig also ich zum beispiel konsumiere fast gar nichts ja ich konsumiere keine heizung ich konsumiere ja also fast gar nichts aber da wer kann das schon die meisten sind doch so konsumsüchtig dass sie zwanghaft konsumieren und solche appelle alleine sind doch nicht ausreden reichend was meinen sie professor nico pech dazu wie antworten sie uns ja ja das wäre doch hoch interessant und dann professor doch dr sucher repakti da da er ja noch kein mitglied einer partei ist könnte er als experte gelten besonders da er in der sendung von vor jahrzehnten vom wo er von der uni mainz und so weiter das war eine sendung ich glaube eines großen senders war das gewesen wo er wirklich als wissenschafts und industrie kritisch aufgetreten ist und das eben schon vor jahrzehnten ja also das wäre doch ein guter diskussionspartner über wissenschaftsreform pharmaindustrie medizinreform industrie reform und gesundheitsreform ja ich denke da kann er auch gut was dazu sagen und der linke spdler dr medolfgang wodak sowieso weil er kann noch mal das konzept was ja wir auch haben aber in seiner variante des des regionalbudgets des medizinischen regionalbudgets und der budgetierungsmodelle kann er noch mal mit uns diskutieren wäre ein super talk gast und er hat sich ja noch nicht offiziell zu irgendeiner dieser parteien geäußert denn er ist ja meines wissens immer noch mitglied der spd und bodo gut unternehmer sozusagen von der bewegungsblau mit dem wir auch viele nette telefonate hatten ja wie soll man ihn einschätzen mit der links fragezeichen auch interessant und er sieht ja auch dass das zukünftiges politik machen und regieren nur geht mit externen experten mit externen reformern so dass die basis der jeweiligen partei dann über die externen reformer und deren reform konzepte abstimmen und dass man sich nicht mehr der illusion hingeben sollte eine partei selber können aus sich heraus reformen entwickeln für die die externen experten die externen reformer über 50 jahre gebraucht haben das sind illusionen unter denen ja unsere gesamte gesellschaft leidet weil bisher die parteien ihre nicht ausreichend fundierten reform konzepte alle selber machen und darunter leidet ja der ganze politik sozusagen deswegen haben wir solch einen reform stau in deutschland ja dann freuen wir uns würden freuen auf den talkshow teilnehmer christian zimmermann der gesundheitskritisch sich geäußert hat den präsidenten des patientenverbandes und der selbst eine eigene gesundheitsreform an minister spahn geschickt hat wenn wenn ich mich recht erinnere an unsere telefonate oder unser telefonat und ja also damit hätten wir wieder einen guten gesundheitsreformer und wir wären interessiert sein konzept zu hören in aller kürze und da dann zu diskutieren ja wie die unterschiedlichen reformen sind vielleicht gibt das ein interessantes gespräch mit pro doktor mit sozusagen wolfgang wodak von der spd und dr rea nad karina reis mit der ich ein sehr nettes telefon hatte hatte die ehefrau von professor wakt die die ja auch noch zu keinerlei partei sich positioniert hat das wäre doch auch interessante diskussions beiträge zu erwarten wir sozusagen professor harald wallach im moment ja mitglied weltrat mit next scientists for future der wohl auch eigene gesundheits wenn wenn ich mich recht erinnere an unser entsprechendes telefonat auch gesundheitsreform konzepte selber eigene entwickelt hat und unser mitglied dr mit michael spitzbart der auch gesundheitssystem kritisch sich geäußert hat wären doch tolle talkgäste noch die zu einzuladen wären und dann eben von simple da gibt es uns simultane weltweite politik zur lösung aller weltweiten probleme diplompsychologe dirk weller einzuladen als reformer mit dabei zu haben wäre doch auch zu nennen und dann bitte schön sollten doch die parteimitglieder und die parteien selber noch weitere externe experten und externe reformer benennen so dass wir das noch komplettieren können und dann über die war einladungsliste weitergeführt durch die prominenten parteimitglieder wobei die jetzt wahrscheinlich dann meistens keine eigenen reformkonzepte haben aber immer eben eben dann die parteien seite darstellen prominente parteimitglieder die basis also david c sieber mit dem ich ja auch ein nettes telefonat hatte gewechselt von die grünen ja also kann man ihn auch als sehr prominent insofern betrachten ja und hatte ja auch durchaus hohe klickzahlen mit seinen auftritten bisher also herzlich willkommen in diesen neuen talkshows dr medgerd reuter ein fantastischer arzt in der liga von dr med klaus köhnlein das wäre toll diese einzuladen wenn wenn man mit denen talken könnte über die missstände im gesundheitssystem und die schädlichkeit des gesundheitswesens deutschland und die tödlichkeit der modernen medizin mit dr medgerd reuter sprechen könnten na talken könnten und bekannt durch den corona ausschuss sind ja dann auch na wobei dr mit klaus köhnlein natürlich auch durch durch rt deutsch sehr bekannt geworden ist ein über eine million klicks und gerade jetzt bei punkt preradovic die sendung ja die wird auch sicherlich zigtausende klicks am ende erreichen und so weiter und dann aber aber auch bekannt geworden durch den corona ausschuss ja eben dr füllmich mittlerweile weltweit bekannt rechtsanwältin fischer auch gerade wieder sendung 30 termin 30 des corona ausschusses diesmal ganz anders und sehr schick gekleidet großes kompliment dafür winterlich bedingt natürlich vielleicht und ja und dann herzlich natürlich eingeladen zu diesen online talkshows von der partei wir 2020 eu eva rosen dr med bodo schiffmann von dem wir ja noch nicht wissen ob er sich überhaupt noch mal zu einer partei zurück bewegen wird sozusagen in die frontlinie und wolfgang romberg der der bundesvorsitzende eva rosen ja die zweite vorsitzende und dann politisch unabhängiger berater in gesundheitlichen fragen professor back die also dieses politisch unabhängige berater können wir so verstehen dass er sicherlich er hat sich auch in letzter zeit nie offiziell zur partei wir 2020 eu geäußert sodass er also sicherlich möglicherweise kein großer wahlkampfhelfer für diese partei sein wird wir 2020 de da wird die frage sein ob dr bodo schiffmann sich zu dieser ja sehr von kompetenz geprägten partei bewegen wird also ob er da mitmachen wird denn da ist bis jetzt alles was kompetenz anbetrifft hat ja wir 2020 de die nase ganz weit vorne ja weil da wird über darüber ständig darüber diskutiert wie wollen wir deutschland regieren ja und da liegt die kompetenz ja überall sonst entdecke ich noch keinerlei kompetenz da denke ich gute mittel link links lastige absichten die sich sehr gut decken mit dem boden ständig linken der next scientists for future aber außer guten absichten und guten willens bekundung so etwas wie echte reform kompetenz ist leider nirgends aufgetaucht außer bei wir 2020 de das sind die komp die in der kompetenz führenden während die anderen in der prominenz führen und wenn das nicht zusammenkommt ja also gucken wir uns an michael ballweg mit seiner prominenz ist hat eine schlimme wahl niederlage erleiden müssen mit nur 2,6 prozent also können wir mal einfach spekulieren prominenz bringt 2,6 prozent und bei der ersten wahl bringt auch kompetenz nur 2,6 prozent dann sind wir bei 5,2 prozent das würde reichen um dann bei der bundestagswahl mit zu regieren sozusagen nach der bundestagswahl mit regieren zu können aber eine nur prominenz wird bei 2,6 prozent landen und nur kompetenz wird auch bei der ersten wahl bei 2,6 prozent landen und dann ist alles gestorben können wir alles gleich einstampfen das wird nichts mehr ohne vorlauf gibt es keine 20 prozent also und dann die frage wird sein ob her bodo gut als unternehmer oder und ob er sozusagen auch dann vielleicht noch mal investiert im größeren stile damit dann auch die größeren sender des internet fernsehens die sogenannten groß influenza des internet fernsehens dann auch sich überlegen neue marcus landes neue mai bret illners das internet fernsehens zu werden und dann einsteigen und talkshows veranstalten und sich dann einen großen namen machen im internet fernsehen zusätzlich zu ihren ob in abonnenten zahlen und die frage wird sein ob die föderalen überhaupt noch existieren das wird die frage sein wäre mal interessant in einer talkshow was von denen zu hören ja das bedeutet also jetzt ach so ich bin hier bin ich jetzt falsch oder was ist jetzt los ich bin jetzt richtig ja ja ich glaube das war es schon wieder mit dieser wissenschaftlichen tagesschau heute die natürlich im moment hat die wissenschaftliche tagesschau heute natürlich immer den fokus auf der politik alles andere ist uninteressant wir sprechen nicht mehr über emotional reiz themen sondern nur noch darüber wie dieses land jetzt tausendmal glücklicher für alle menschen tausendmal gesünder tausendmal langlebiger und tausendmal mehr tausendmal reicher werden kann und wie es uns allen besser gehen kann natürlich gefällt das den rechts den kriminellen verfassungsfeindlichen rechts und links faschisten deutschlands nicht diesen ganzen kriminellen diktatoren die uns alle diktatorisch nur wie beherrschen wollen entweder mit führer oder mit einem neuen mao oder mit einem neuen stalin oder was auch immer oder honecker ja das gefällt ihnen nicht die die kriegen jetzt natürlich panik dass hier in der mitte links etwas neues großes entsteht dass uns allen so glücklich machen wird dass niemand mehr sich für rechts faschisten oder links faschisten interessieren wird das und deswegen leute schützt euch vor diesen kriminellen das sind richtig schwere verbrecher ja diese ganzen rechten und linksextremisten und rechtsextremisten das sind richtig schwere verbrecher schützt euch davor seid vorsichtig seid auf der hut diese leute sind richtig schwer gefährlich also ja ich glaube das war's mit dieser wissenschaftlichen tagesschau heute tschüssi bis bald weiter